Das war's für heute. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir dein Hals aus Alcazars Schlinge raushaben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Na, ist das unser Freund Rave? Wer sonst? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, shit! EZEN! EZEN! Was ist das? Was ist das? Oh, shit! EZEN! EZEN! Untertitelung des ZDF, 2020